Hier präsentieren wir die 5 beste Gumming-Headsets Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Sennheiser Gmwan Gumming Headset. Das letzte Headset in unserem Vergleich, das Videospiel WAN, stammt vom deutschen Traditionsanbieter Sennheiser und befindet sich in den oberen Tarifklassen. Dieses Tool ist speziell für Fanatiker und auch erfahrene Gamer faszinierend. Das Headset arbeitet in einer Frequenzserie von 15.000 bis 28.000 Hertz und verwöhnt Sennheiser Kunden in gewohnter Klangqualität. Das Gerät mit seinen samtweichen Ohrpolstern und dem ebenfalls flexiblen Stirnband überzeugt zusätzlich, wenn es um Komfort geht. Die Lautstärkerregelung und der Stummschalter lassen sich problemlos bedienen, da sie direkt in die ideale Ohrmuschel integriert sind. Dank der außergewöhnlichen Schallunterdrückung des Mikrofons sind sie für ihre anderen Spieler immer leicht zu verstehen, auch in aufgewärmten Kämpfen. Nummer 4. Beyerdynamic MMX 300 Premium geschlossener Uhuva Irgaming Headset Weiter geht es mit dem MMX 300 von Beyerdynamic, der im Vergleich zu den kostenintensivsten Zähltaten zählt. Bei Bedarf richtet sich dieses Design vor allem an erfahrene Spieler oder echte Audio-Liebhaber. Dank der geschlossenen Konstruktion sowie einer Regularitätsserie von 5 bis 35.000 Hz werden Sie den Ton noch intensiver betrachten. Das Headset ist sowohl mit Computersystemen als auch mit Konsolen kompatibel. Unten finden Sie auch die Lautstärkeregelung sowie die Stummschalttaste auf dem Verlauf des Kabelfernsehens. Mit dem hochwertigen Kondensatormikrofon wird Ihre Stimme klar und auch präzise gesendet. Dank des Schwanenhalsgebäudes können Sie das Mikrofon ganz offen platzieren. Darüber hinaus garantiert Ihnen das Gerät dank der samtweichen Uhrpolster trotz längerer Anwendung eine bequeme Passform. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Die Z100 Gaming Headset for PS4 Xbox Fun PC. Es geht weiter mit einem Videospiel-Headset, das von die Z100 kommt und aus dem Low-Price-Bereich kommt. Dieses Tool ist aus diesem Grund für jede Person geeignet, die nur manchmal den PC verwendet oder eine Präferenz der Videospiel-Headsets erhalten möchte. Unabhängig vom niedrigen Preis ist dieses Gerät mit erstklassigem Randstereo-Sound ausgestattet, der Sie mit seinem umfassenden Sound überzeugen wird. Das eingebaute Mikrofon kann offen auf seiner Schwenkebene positioniert werden und ist mit einem starken Sound-Unterdrückungssystem ausgestattet, das die Interaktion mit anderen Spielern viel einfacher macht. Die Uhrpolster sind auch angenehm zu tragen, damit nichts in den Mitteln der langen Nächte vor dem Display steht. Nummer 2. HyperX KHX-H-S-CPRD Cloud II Gaming Kopfhörer Als nächstes werden wir sicherlich die Kingston HyperX Cloud II von HyperX behandeln. In Bezug auf die Rate bleibt das Tool in der oberen Mittelklasse und richtet sich daher auch in erster Linie an Zeitvertreibspieler. Mit diesem Gerät sticht der virtuelle Rahmen-Audio hervor, der Sie mit seinem außergewöhnlichen Klangfoto beeinflussen wird. Dank des geschlossenen Layouts bietet das Headset ebenfalls eine einfache Rauschunterdrückung. Gefertigte Lederpolsterung und Mumure-Schaum auf dem Stirnband, die sich vollständig an Ihre private Kopfform anpasst, garantieren Ihnen mit diesem Headset einen ausgezeichneten Tragekomfort. Das HyperX Headset ist auch für die Verwendung von Teamspeak akkreditiert und für alle gängigen Voice-Chat-Programme verbessert. Dank der USB-Verbindung ist diese Version meist für Computer oder Mac geeignet. Logitech G430 Gumming Headset Mit dem G430 hat es eine Version des bekannten Herstellers Logitech zusätzlich direkt in unseren Gumming Headset-Kontrast geschafft. In Bezug auf die Rate, dieses Gadget bleibt im mittleren Bereich. Damit ist das Headset von Logitech sowohl für Neulinge als auch für den geneigten Zeitvertreib-Spieler geeignet. Mit Hilfe von 7,1 Border Sound, werden Sie sehr gründlich wie extreme Hintergrund scheint mit diesem Gadget erleben. Der G430 ist mit allen aktuellen Windows-Versionen und Spielkonsolen kompatibel. Das Tool verfügt über eine solide Rauschunterdrückung, um sicherzustellen, dass die Kommunikation mit Ihren anderen Spielern effizient funktioniert. Die Ohrpolster sind aus einem außergewöhnlich strapazierfähigen Produkt aufgebaut, das Sie auch nach längeren Sitzungen vor dem Computersystem sicher nicht störend bemerken werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.